Totaler Fußball ist ein Spielsystem im Fußball, bei dem auf jeder Position, die zuvor von einem Spieler verlassen wurde, ein anderer nachrückt. Dies führt dazu, dass alle zehn Feldspieler zusammen angreifen und alle zehn Feldspieler zusammen verteidigen. Kein Spieler muss auf seiner Anfangsposition bleiben, jeder kann nacheinander Stürmer, Mittelfeldspieler oder Verteidiger sein. Das System erfordert von den Spielern ein hohes Taktikverständnis. Um die entstehenden Lücken schnell zu füllen, im besten Fall kann jeder Spieler auf jeder Position spielen. Außerdem wird den Spielern eine herausragende Technik und körperliche Leistungsfähigkeit abverlangt. Der Begriff Totaler Fußball wird im weiteren Sinne dazu verwendet, das effektive, dominierende Spiel der niederländischen Nationalmannschaft, um die beiden Spieler Johann Kreuf und Ruud Krol in den 1970ern zu bezeichnen. Der taktische Gegenpart zum totalen Fußball ist der italienische Catenaccio. Geschichte Der Grundstein dieses Systems wurde von Jack Reinholz gelegt, der von 1915 bis 1949 Trainer bei Ajax Amsterdam war. Beim Training stand die Arbeit mit dem Ball im Mittelpunkt. Rinos Mischels, der früher unter Reinholz gespielt hatte und später Trainer von Ajax und der niederländischen Nationalmannschaft wurde, definierte dieses Spielkonzept, das heute als »totaler Fußball« bekannt ist neu, um es bei Ajax Amsterdam und in der Nationalmannschaft in den 1970ern anzuwenden. Nachdem Mischels zum FC Barcelona gewechselt war, verfeinerte Stefan Kovac bei Ajax das System ein weiteres Mal. Der niederländische Stürmer Johann Kreuf wurde durch diese Spielweise bekannt. Obwohl Kreuf in der Sturmspitze spielte, tauchte er überall auf dem Spielfeld auf, um das gegnerische Spielsystem zu stören, was in der dynamischen Spielweise des totalen Fußballs ausgenutzt werden konnte. Seine Mannschaftskameraden richteten sich nach Kreufs Laufwegen, um entstehende Löcher zu füllen, sodass jede taktische Position zu jedem Zeitpunkt besetzt war, aber nicht immer von der gleichen Person. Ziel war es, den Platz bei Ballbesitz in seiner ganzen Breite zu nutzen, bzw. die wichtigsten Voraussetzungen, die eine Mannschaft benötigte, um mit dieser Taktik effektiv spielen zu können, waren Geschwindigkeit und die Fähigkeit, das Spiel zu beschleunigen. Ajax-Verteidiger Barry Holzhoff stellt dar, wie der Verein 1971, 1972 und 1973 mit dieser Spielweise dreimal in Folge den Europapokal der Landesmeister gewinnen konnte. Wir diskutierten nur über Geschwindigkeit. Johann Kreuf redete stets davon, wohin die Spieler laufen, wo sie stehen und wann sie sich nicht bewegen sollten. Ajax spielte Pressing, was eine optimale Fitness erforderte. Durch kurze Pässe sollte das Mittelfeld schnell überbrückt werden. Alle Mannschaften innerhalb des Vereins folgten der gleichen Philosophie. Den konstanten Positionswechsel der Spieler, der typisch für den totalen Fußball ist, gab es wegen der Größe des Spielfeldes. Es ging um das Erzeugen von Geschwindigkeit, das Erreichen von Geschwindigkeit. Das Organisieren von Geschwindigkeit wie Architektur auf dem Fußballfeld, erklärt Holzhoff. Die Taktik entwickelte sich evolutionär weiter und war stets das Produkt der Zusammenarbeit der Spieler. Basierte niemals auf der alleinigen Arbeit von Mischels, seinem Nachfolger Kovac oder von Kreuf. Kreuf fasste sein Verständnis vom totalen Fußball so zusammen. Der einfache Fußball ist der schönste. Das Finale des Europapokals der Landesmeister 1972 zeigt den Höhepunkt des totalen Fußballs. Nach dem 2 zu 0 Sieg von Ajax Amsterdam gegen Inter Mailand schrieben die Zeitungen in ganz Europa vom Tod des KT Nacho und Triumph des totalen Fußballs. Die niederländische Tageszeitung Algemen Dachblatt titelte. Inters System vernichtet. Mischels wurde Bonds Coach vor der Fußball-Weltmeisterschaft 1974. Die Nationalmannschaft bestand zum Großteil aus Spielern von Ajax Amsterdam und Vereinort Rotterdam. Aber auch der unbekannte und mit dem totalen Fußball nicht vertraute Rob Rensenbrink, der vor allem im Nachbarland Belgien gespielt hatte, war dabei und fügte sich harmonisch in das System ein. Die Mannschaft der Niederlande konnte in der Vor- und Zwischenrunde nacheinander Argentinien, die DDR und Brasilien besiegen, bevor sie im Finale auf den Gastgeber Deutschland traf. Das Finale der Weltmeisterschaft 1974 wird oft als Kampf zwischen totalem Fußball und totaler Disziplin bezeichnet. Kreuf spielte den Ball an und dieser kam über 13 Stationen innerhalb der holländischen Mannschaft wieder zu Kreuf zurück. Der sich der Mann Deckung durch Bertie Vogts entzog und erst von Uli Hoeneß mit einem Foul knapp außerhalb des deutschen Strafraums gestoppt werden, konnte. Johann Neskens verwandelte den umstrittenen Strafstoß. Holland führte nach 80 gespielten Sekunden 1 zu 0. Die Deutschen hatten keine einzige Ballberührung. In der zweiten Halbzeit wurden Kreufs Versuche der Spielgestaltung durch Bertie Vogts Mann Deckung im Keim erstickt. Das dominierende deutsche Mittelfeld mit Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß und Wolfgang Overath war die Basis für den 2 zu 1 Sieg Deutschlands. Manchmal wird auch das vom Pech verfolgte Wunderteam Österreichs aus den 1930ern als die erste Mannschaft, die den totalen Fußball praktizierte, bezeichnet. Es ist kein Zufall, dass Ernst Happel, ein talentierter österreichischer Spieler der 1940er und 1950er, in den späten 1960ern und frühen 1970ern in Holland als Trainer tätig war. Bei HDO Den Haag und Vereinort Rotterdam vermittelte er eine revolutionär neue, mutige Spielweise, die es so in Holland noch nicht gab. Happel war bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1978, die die Niederlande erneut als Wiese-Weltmeister beendete. Auch Vereng Puskas, Star der legendären ungarischen Goldenen Elf, die zwischen 1950 und 1954 den Weltfußball dominierte, bezeichnet das damalige ungarische Spielkonzept als totalen Fußball. Da das Spiel vor allem in den 1980er Jahren athletischer und taktikorientierter wurde, war die große Zeit des totalen Fußballs weitestgehend vorbei. Schnellen Kontern und ballsicheren Viererketten war die lauf- und raumorientierte Taktik kaum gewachsen. Das System baute auf dem Prinzip auf den Libero als freien Verteidiger hinter oder vor der Abwehr aus dem Spiel zu nehmen. Sobald eine Mannschaft über wenige Anspielstationen im Gegenzug zielorientiert Flanken über die Außenbahn einbrachte, entstanden immer wieder Lücken auf den zentralen Positionen. Die gewonnenen Freiräume für die gegnerische Mannschaft hoben den Vorteil der geschlossenen Offensive auf. Vor allem im späteren Verlauf eines Spiels, wenn durch nachlassende Konzentration oder Kondition Lücken entstanden. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nutzte dies im Finale der Weltmeisterschaft 1974 dementsprechend aus. In den 1990er Jahren erlebte der totale Fußball ein kurzes Comeback bei Arsenal London unter Trainer Asine Wenger. Dies war aber eher eine bewusste, zeitweilige taktische Finte als eine dauerhafte Strategie. Bekannte Mannschaften Sowohl nationale Fußballvereine als auch Fußball-Nationalmannschaften praktizierten den totalen Fußball. Die niederländische sowie die österreichische Fußball-Nationalmannschaft spielten nach diesem System auf internationaler Ebene. Auf nationaler Ebene kam die Strategie des totalen Fußballs bei Ajax Amsterdam, FC Barcelona, FC Bayern München, Galatasaray Istanbul sowie Arsenal London zur Anwendung.